hello 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 und willkommen ja wir sind wieder hier voll im bahnhofsbau und kicken einfach mal dass wir hier vorankommen ich wollte jetzt hier die bahnhöfe fertigstellen und überall awesome things anschließen dass ich dann einfach bahnhöfe testen kann hallo peanut what gate ich hatte heute leider eine kleine verspätung die arbeit was auch sonst verdammt sein wirst du stinkender moderteppich dankeschön cleave rex emilio und willkommen ja heute versuchen wir den bahnhof vorzubereiten also da will ich darauf hinaus zielen dass der dann fertig ist und ich hier die anderen bahnhöfe anschließen kann was heißt anschließend also die werden dann erstmal provisorisch angeschlossen und dann bauen wir die strecke fertig genau und testen tun wir das ganze mit den die ganze kirchen hier mit den einheiten hier und den schreddern halt ne dass wir da zumindest sicher sind dass das alles läuft und servus wer will fleischige handwerker sehen ich nicht weil ich bin keiner ja ja ist hier ein gap drinnen ne und ach so ah peanut du brauchst lego cool welches setzt denn eigentlich und servus cleave rex oder cleave rex ja ich mache den bahnhof und testen tun wir das ganze mit den schreddern wir haben gewisse einheiten die ankommen müssen und damit regeln wir das hoffentlich und äh pese was bist du denn gerade am bauen uscx wing hast du dir dann blue brick geholt ich glaube das waren die oder aber du du die du 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 in der schweiz schweiz ist lego billiger krass okay und 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 ein ungläubiger im hoch des meisters verdammt sein wirst du stinken am moderteppich hallo emra afk hi und ich kaufe peanut ich kaufe nicht original okay und ja cliffhrix aber emilio ist auch gut sieht gut aus was du baust hab schon seit gestern auf meiner techtop for you und dachte ich schaue mal rein dankeschön das freut mich willkommen und pese habe gerade mein trigon production da kommen wir noch hin wie man im dc sehen kann jetzt werden mal steine gemacht und forschung vorangetrieben nice ja da freue ich mich auch schon drauf weil das ist was komplett unbekannt ist für mich das hatte ich noch nie irgendwie in einer produktion untergebracht ich glaube turbo motoren und super computer auch noch nicht aber egal und emra hallo willkommen so So, äh... AKW-Stockwerk. Passt rein. Passt. 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 so guten abend matthias hallo hab selbst was banales wie die mehrzweckgerüste nicht automatisiert das heißt jedes mal für die meinsteller und co extra anwerfen ich will jetzt nicht sagen dass du mir aus der seele sprichst aber ich glaube wir haben noch nichts für den weltraum lift automatisiert noch gar nichts das ist an sich eigentlich relativ problematisch so 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 dann bauen wir wieder das hier eben fertig so 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 je öfter man das baut ist so effektiver wird man so 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 matthias heute heute bauen wir hier erstmal die ähm wo wird äh irgendwas jo na also heute bauen wir die ähm den bahnrufsbereich hier fertig so dass wir testen können also die anschlüsse bauen wir fertig die deko und die plattform und drauf setzen wir noch nicht und dann will ich ähm die sachen einmal testen und ähm da war die idee dass ich äh erstmal nur grob bahnhöfe anschließe ähm und äh da meiner ranbringe so wie ich es brauche und dann später dann im next step die ganzen äh sachen für äh die bahn anbindung baue dass die vernünftig angeschlossen sind und währenddessen wird hier die ganze zeit getestet und geschreddert äh so pese naja habt den lift 4 manufakturen und 4 fabrikator voll übertacknet mit sommerslopes zu laufen wenn man die grundzutaten hat ist der rest fleißarbeit ja so das so dachten wir uns das auch und peanut spielt erst später weiter naja das gute ist das spiel läuft ja nicht weg ne und das schlechte natürlich ist das spiel läuft einem nicht weg 그 ne die in die die manage Oh. So und wieder die Förderbandfusionatoren. Und wieder die Förderbandfusionatoren. Und so kommt jetzt der letzte Bahnhof. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch falsch gebaut, aber nein, habe ich nicht. Ich war gerade ein wenig irritiert. Aber hier stehen noch nicht die Fässer, ne Lager. Oh, bevor ich das vergesse. Oh, dann gucken wir hier auch noch. Oh, ja, war klar. Es steht kurz davor, MK6-Bänder freizustellen. Ich bin da gespannt drauf. Oh ja, das kann ich so nachvollziehen. Also auf die MK6 freue ich mich auch wirklich schon. Und vor allem, eigentlich müsstest du doch dann alle Fabriken nochmal überarbeiten, oder? Und alle auf MK6 umbauen. Ich bin da. Oh ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, damit sind alle Bahnhöfe angeschlossen Sauber So, das sollte ich immer Na ja, wenn du die Schmelze und so weiter Miteinander vollfütterst Also nicht gleichmäßig, mach das schon Besser langsam Bänder zu nehmen Dann brauchen die nicht so lange Um anzufahren Ja, da hast du dann auch wieder recht Aber so den Input reinbringen Auf jeden Fall mit den schnellen Bändern Jetzt muss ich rausfinden Ich glaube, ich wollte hier hin Weil hier Unrein Unrein Normal Mal Und rein Gibt So, wie viel brauche ich denn? Let me have a one look Kupferärzt 1200 Können wir hier die zwei Unreinleins nehmen Und können hier zwei Bahnhöfe hin Drei Bahnhöfe Ne, zwei Weil wir brauchen ja von hier oben Soll der Bahnhof Teil Einer Main Bus Factory werden Oder eine spezielle Fabrik Das hier wird nur eine spezielle Fabrik Hier sollen 32 Brennstäbe auf einmal produziert werden Das wird nice Also das wird eine Einzige Brennstoff Fabrik Oh ja Naja, so halb Und zwar Hatten wir uns das Ideet Wir haben ja hier oben Unsere AKW Fabrik Oder unsere AKWs Unsere 64 Stück Und wenn man die Voll übertaktet Braucht man halt 32 Brennstäbe Und das heißt Wir können die hier erstmal Normal betreiben Und dann hauen wir einfach dann Wenn wir mehr Strom brauchen Schnecken rein Und dann fährt die Fabrik Hier nach und nach Immer weiter nach oben Das war so die eine Idee Oh 150 Merkosphären Oder Mercer Ja, das ist dann der nächste Schritt Und das wir Massen an Plutonium herstellen Und dann Okay. Moment, ich muss mal eben was bauen. So, wo ist mit you? 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 Wo? So, wo ist mit you? So, wo ist mit you? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 War das die Position? No, das war die. Dieses Kack-System. Das war die Kack-System. So, oh Gott, ist da viel los. Nabbenzuschauer. Ich kann auf YouTube selbst Videos zurechtschneiden. Ja, das geht schon seit Ewigkeiten. Meisterkuchen, was geht? Ja, ich bin wieder Brain aufgehört. Äh, AFK. Tut mir sorry. Ein Ungläubiger im Hauch des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sei bloß du, stinkender Moderteppich. Hallo, Feierparty. Hello, hello, hello. Ich, äh, bau grad ab. Ähm. An unserem ersten vernünftig aussehenden Bahnhof. Danke, Zuschauer. Punkt. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okidoki. So. So. Jetzt wird es interessant. Baupläne. Bahnhof. Bahnhof. Bis zum nächsten Mal. Nicht das. Bis zum nächsten Mal. Hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Das sieht aus, als ob was hier auch richtig getragen wird. Nice. Darf ich einem Ohrwohlen bieten? Ich hätte eine Musik von Tetris. Alter Schwede. Dankeschön, Mückenrambo. Cooler Name. Hallo und willkommen. Ich baue meinen ersten modularen Bahnhof jetzt. Bis jetzt finde ich den ganz nice. Bis auf dieses Stromproblem. Geil. So. Müssen wir hier doch noch mal irgendwie provisorisch erstmal Strom drauflegen. Weil wir über die Schienen natürlich noch nichts erhalten, weil in die Richtung ist noch nichts und wir wollen in die Richtung. Wir könnten dann hier eine Kurve bauen und da rüber gehen. Nice. Aber hier soll das Kupfer dann in Empfang kommen. Und das passt eigentlich perfekt. Ach, da freue ich mich schon. So. Tag gesagt. Hallo. Nach Ohrwohlen geht nicht ohne Hallo. Hallo Hohl. Ah. Aber die Regenwürmer husten. Ähm. Bin ich ein... Wie kann man das gut beschreiben? Ich... Ich kenne das Lied nicht. So. Wie heißen die anderen Bahnhöfe? Wie heißen die anderen ich aus? Okay. Lassen wir erstmal so. Wie heißt denn der Bahnhof hier unten? Er heißt nicht funktionsfähig. Na komm, fahr weiter du blöder Zug. Ich hätte hier auch links das Kupfer. AKW, Erz, Kupfer. AKW, Erz, Kupfer. Eins. Und so, Baupläne. Oh. Oh. Hmm. Hmm. Okay, dann müssen wir das nochmal umbenennen. Mittelteil mit Fuß, Anfang, Mittelteil, Boah du kannst echt nicht mehr schreiben, Mittelteil Anfang und Ende. So. So, Baupläne, Ende. So. So, Baupläne, Ende. So, Baupläne, Ende. So, Baupläne, Ende. So, Baupläne, Ende. So, Baupläne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1, 2... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch kacke! Okay, dann haben wir die jetzt hier gleich auch alle verbunden. Hier geht es nicht mehr weiter. Okay. 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 Das soll ja auch überall identisch aussehen. Bauen wir ein kleines Bahnhofshäuschen. Wie viel Platz hätten wir denn dafür? 1, 2, 3 x 3 oder machen wir 2 x 3? Wir machen 2 x 3. 1, 2, 3 x 4. 1, 2, 3 x 4. 1, 2, 3 x 4. So, Hypertyp Eingang. So, Hypertyp Eingang. So, Hypertyp Eingang. Okay. Turn Fender. Turn Fender. Das war's für heute. Das darf ich hier auch decken. Das darf ich hier auch. Das darf ich hier auch decken. Die Piloten sind andere, die fliegen einfach in einem Hurrikan rum. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott. Okay, das ist per se deine Sachen sehen mega aus. Ich hab mir das gerade mal angeguckt auf Discord. Irgendwie wird Discord nicht laden, aber egal. Ja, ich drück dir mal die Daumen. Ich hab mir das gerade mal angeguckt. Ich hab mir das gerade mal angeguckt. Ich hab mir das gerade mal angeguckt. Ja, ich hab mir das gerade mal angeguckt. Also ab existing Tapis. Danke für die Follow Shadowfox, ähm, ich mach's mir total einfach und mach das ganze über... Moment, wie ist die Software? Ja, äh, CapCut. Die ist zwar für Sonderfunktionen kostenpflichtig, aber für das was ich damit mache, reicht das völlig aus. So... Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und einmal zurück zum Hauptmenü, einmal gucken, ob das richtig lädt. Find den Link zu beidem von deinem Dispo... Ah, ähm, warte. Habe ich den nicht, ähm... Ding, jetzt krieg ich mir nicht drinnen. Give me a moment. Und... Loll, der ist da nicht drinnen. Ist das dumm. Okay, dann weiß ich, was ich demnächst mal machen müsste. Okay. Okay. Okay, ähm, ja. Also, ich muss da mal gucken. Ah, es wird schwarz gefärbt, sauber. Dit wird nicht schwarz gefärbt. Da müssen wir dann mal noch gucken. Jetzt aber. Okay. 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 Mhm. 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 witchk�ke. Mhm. 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 Und hier nochmal, kopieren. Dann speichern wir das doch mal, Bahnhof, Gebäude. Weil ich wollte irgendwas haben, wo ich da mit der Hypertube auch ankomme. Ja, so geht jeder, jedes TikTok Lust, zumindest versuche ich es. Und irgendwie muss man sich doch die Leute begrüßen. Weil ich finde das ein bisschen unpersönlich, wenn du dann... Hi, heute in Satisfactory habe ich folgendes getan. Und ich hatte sehr viel Spaß. Okay. So, das war das Ziel. Und hier ist kein Strom, weil wir dann noch hier einmal... Okay, dann weiß ich... Was ich noch bauen muss. Aber das finde ich eigentlich ganz nice. So, hab dich schon da bei TT geschrieben. Finde das geil. Einfach per KI-Stimmen Olaf Scholz. Freunde. Oh, kennt ihr das Video von Olaf Scholz? Moment. Ich finde das so geil. Das müssen wir uns straight up einmal angucken. Haben wir das hier? Es gab einen so geilen Edit davon. Ich glaube, das wird es. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hatte, war Olaf Scholz. Als er abgewählt wurde, waren seine letzten Worte. Ihr wollt meinen Schatz. Den könnt ihr. Sucht ihn doch. Das war das Kackteil. Der Mann, der sich dies alles ergaunert hat, war Gold Olaf, der König der Allmanns. Als er gewählt wurde, waren seine letzten Worte. Ihr wollt meine Spendengelder? Die könnt ihr haben. Sucht sie doch. Irgendwo habe ich das größte Spendenkonto der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das Cum-Ex. Und er liegt auf irgendeinem Schweizer Bankkonto. Damit brach das große Korruptionszeithalter. Mann. Hab gestern einen gesehen, der hat einfach mal einen AKW direkt nachgebaut und drin verbaut. Oh. Der hat einen Satisfactory AKW gebaut und hat drin 90 AKWs verbaut. Wie geil ist denn die Idee? Das hat auch was. Das muss ich mir mal für später aufschreiben. Moment. Satisfactory AKW in AKW. No clear power plant. Das war's. 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 Ach du Scheiß. Der streamt das auch noch. Okay, dann kann ich das auf YouTube ja noch nicht finden. Ähm. Gross. Ach, der Ärmste. Aber das, das, das habe ich mir jetzt zur Seite gelegt. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. So, hier schaut auch nix aus. Super. Nice. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, was für ein Anschluss wir hier legen. Also ich will das hier auf drei gleichmäßig verteilt haben. Ich habe, ich müsste zwei pure, Iron, nee, äh, zwei reine äh, Kopfernotes hier reinbringen. So. Eins, zwei. Man könnte straight up hier neben hier genau gespiegelt könnte man die Iron Note setzen. Und weil das da ist, müsste das Eisen sein. Rein. Was habe ich noch gespiegelt? Aber in der Luft komplett mit Monorail von unten links nach oben links das erste nach oben rechts acht. Also du bist dann hier straight up hier an der Außengrenze langgegangen. Ja, das ist auch was. Krass. Ich finde aber der Bahnhof, der sieht echt nice aus. So, dann machen wir das aber auch mal. So, dann machen wir das Das war's. Das war's. Und dann kommt von hier. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich will nämlich hier meine typische Plattform setzen. So, ich will nämlich hier. So, ich will nämlich hier. So, ich will nämlich hier. So, ich will das jetzt hier mit Asphalt machen. So. So, ich will nämlich hier. So, ich will nämlich hier. Okay, wir lassen das mit den Stickern. Das sah echt nicht gut aus. So, ich will nämlich hier. 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 Das war's. 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 Computer. Das war's. 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 So. So, oh Gott. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Und war's. so schlecht gebaut, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Kniffe. Das war's. nicht. Das war's. Das war's. Nice. Das war's. 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 Ja. Ja. Genau. das war's. Das war's. Passt. So. Das war's. Das war's. Das war's. ist. Das war's. hast. Das war's. Ich bin. Das war's. Das war's. Das war's. Und hier. Das war's. schon. Ich. Ich. schalt's. das war's. 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 Und ich. Ich bin. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. schaff's. Schaff's. das war's. 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 Dann machen wir, sorry. Dafür ist wahrscheinlich die Steinwüste bei dir auch sehr leer, oder? Ja, siehste. Da haben wir dann ein wenig mehr untergebracht. So, was hatten wir denn jetzt hier? Äh, warum seid ihr rot? Habe ich einen Fehler gemacht? Nee, eigentlich nicht. Äh, okay, belassen wir es dabei. Booster, gerade Tube. Okay. 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 Äh, Fuß, 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 Fuß. So. Ja, Startgebiet ist eben noch nicht Wüste. Wüste, bestes Startgebiet. Ja, finde ich an sich auch. Daher bauen wir später der erste hin. Oh. Also, genauso wie wir. Wir sind in der Steinwüste gestartet. Und das hier wird jetzt eigentlich die erste richtige Fabrik hier. Und zwar gleich so ein unmenschlicher Koloss, aber wird nice. jetzt sagt mir bitte nicht, ich fahre geradeaus auf dieses... Wir fahren echt gerade auf so einen blöden... Okay. Dann machen wir Kurve, 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 Kurve. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, das ist mir nämlich eben gerade eingefunden. Was fehlt mir denn jetzt? Oh, jetzt fehlen mir Kristalle. Du willst mich doch verarschen. Ey. Wir spielen hier nicht die Titanic nach. Habe ich die nicht connected? Doch. Wieso? Hier ist doch auch connected. Egal. Hä? Oh. Doch. Hä? Was ist denn hier keine Connection? Ich habe die Tour der Zeit. Ich habe das mal auf dem Knie geliefert. Ich bin aus dem Knie geliefert. Ich bin auf dem Knie geliefert. Musst da einer durchsteigen? Da kriegt er Strom her, da kriegt er keinen Strom her. Da kriegt er Strom her. Ich steige da nicht durch. Ich muss gerade erst mal Material nachfassen für den Überschusshandel. Ja, kann ich verstehen. Okay. 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 ok ich muss hier nicht durchsteigen ok Ah. Manchmal ist es auch nur ein Anzeigewähler, wenn du viele gebaut hast, hatte ich gestern auch, als ich deine Blueprints genommen habe. Ich habe heute doch nicht mehr, bin gerade erst mit allen fertig geworden und werde jetzt schlafen gehen. An alle eine angenehme Nachtruhe. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und dann bis spätestens morgen würde ich sagen. Gute Nacht, bis morgen. Was kann ich denn entsorgen? Ups. Und wo ist jetzt diese blöde Truhe? Ja genau, die hockt da genau in der Mitte drinnen. Ja genau. Einer? Dann sehen wir beim nächsten Mal. wir machen jetzt mal eben fix noch was ich würde einmal eben den server durchstarten nochmal eben fix speichern und dann starten wir einmal den server durch nicht dass die anzeige fehler da noch mehr werden hatten die eigentlich schon irgendwas gesagt von wegen wann sie das spiel noch mal updaten wollen oder sowas dergleichen weil ich habe überhaupt nichts mitbekommen und das würde mich mal interessieren weil ja echt noch einige bugs und so weiter bestehen und oder gibt es eine roadmap habt ihr da vielleicht irgendwas mitbekommen ok ip-adressen werden wieder angenommen dann kann ich starten so 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 ok das x-mas event das hört sich auch nice an aber sonst also x-mas ist ja jedes jahr zur selben zeit soweit ich weiß hallo 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 sammelstück willkommen im stream so 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 aber die tage waren im stream von kofe style allgemein unter anderem auch mit satisfaktor habe ich mir noch nicht angeschaut den habe ich mir nämlich auch noch nicht angeschaut auf diversen seiten hieß es vorher dass man ja noch schaut und an den konsolenumsetzung arbeitet alles gut ja bei mir ist alles gut und bei dir äh ja gerade einen Herzinfarkt bekommen Pese das tut mir echt leid ähm du kannst hier wenn du willst äh Töne abspielen lassen über blab und ja äh bauchnabelstein ne bauchnabelsteinfusel Fusel oh Gott jetzt wieder meine Katze kommt und hat gestern mein Monitor zerkratzt was zur Hölle das geht ja mal gar nicht äh ach du kennst Blurb okay äh Bauch ey da komm bauchnabelsteinfusel moin ihr wundervollen Sartes suchtis ja willkommen in suchtfactory wir sind hier hart am untergehen würde ich sagen und ich bauchnabelsteinfusel so eins zwei drei gut passt so okay so so So. Oh, ich muss noch Stopp-Signale setzen. Da hatte ich welche? Okay. Also kommt hier eins hin und hier eins. Cool. Ja. So. So. Wow. Das ist keine Sucht. Ich kann jederzeit damit aufhören. Also später bestimmt. Ja. Und sonst nur mal eben. Ganz kurz. Da wird auch nichts dramatisches bei passieren. Und so schlimm ist das ja noch gar nicht, ne? So. Das ist keine Sucht. Es geht halt immer mal eben was Schnelles. Ja. Das ist richtig schlimm. Oh, ich muss den... Ich muss die Konsole vom Server ausmachen. Da kriegt man die Anfälle bei. So. Äh. Äh. Was wollte ich tun? Okay, das passt. Das passt nicht. Gott, halb blind. Oh Gott. So. So. Äh. Wie hast du das mit den Kurven gelöst? Äh. Ich hab ne Blueprint hier als Kurve. Ich hab ne Blueprint hier als Kurve. Und die macht Kurven. Oder was ist die Frage? Also. Ähm. Ne 45 Grad Kurve kann man immer am besten legen, wenn man... Einen rechten Winkel hat. Oh. Also. Am einfachsten ist das so. So. Wir bauen jetzt einfach mal von hier an. Und. Ne. Warte. So. 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 So muss deine Kurve in alle Richtungen immer aussehen. Drei Felder nach vorne und drei zur Seite. Und dann kannst du einfach so machen. den 45 Grad Winkel. Und dann habe ich das Ganze dekoriert. Nur hier mit den Kurven bin ich halt echt noch nicht zufrieden. Da bin ich am überlegen, wenn ich den MK3 habe, dass ich das da nochmal reinsetzen werde und noch ein bisschen umbauen. Das man dann zum Beispiel sagt, okay. Ich gehe mit der Kurve. Irgendwie so. Und dann so. Und habe dann hier noch ein bisschen länger Platz, sodass ich das Mittelstück dann als Vorlage dann drin haben kann. Ja. Achte aber, dass die mindestens mit 0,8 sind. 0,8? Was meinst du damit? Ich glaube, ich verhau mich aber mit den Betonplatten. Oh. So. Äh. Äh. Bei, äh. Den Videos. Äh. Ne. Bei dem Update haben sie ja einen ganzen Haufen Änderungen reingebracht, oder? Äh. 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 Verdammt. Ein kleines Nüppelrohr. So. Äh. 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 Das machen wir doch anders, ich habe da eine coole Idee. Hoops. Joaahhhhhh. Das dürfte bestimmt einigermaßen cool in die Welt dann reinpassen. So. Den Kreise kenne ich aber, ich kriege den Bogen nie so schön hin. Mal schauen, ob da was bringt. Ja, ich will auch noch, wenn ich den MK3 habe, dann auch noch mal gucken, ob ich hier irgendwie ein bisschen was ändern kann. Nur vor allem... Hallo der Bierkeks und wie war die Doku? Aktuell habe ich das Problem, ich kann auf die MK2-Plattform keine Anschlüsse hinsetzen. Das heißt, ich könnte die Kurve noch nicht mehr vorgelegt da drauf packen. Äh, ist Übungssache. Früher bin ich auch verzweifelt. Inzwischen setze ich sowas im FF, wenn ich da... Korks Baupläne nutze, mache ich bei... Kurven erst die Schienen und dann die Blaupause. Okay. Ja, ich offensichtlich nicht. Ich hoffe aber, die Blaupausen überarbeiten die vielleicht noch mal ein bisschen. Dass du halt wirklich festlegen kannst, entweder was ist dein Snapping Point oder was ist dein Ground Level. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst wirklich den unteren Teil Der Plattform Erwischen Drückst dann Haar und dann richtest du aus Ja, so einfach Das sind halt diese Nervigen Geschichten hier Und wenn du das andersrum machen willst, dann ist es wirklich auch Kindergarten, weil du dann einfach nur an die unterste Plattform ran musst. Oder ans unterste Gitter. Ja. Also das ist halt... Ich weiß nicht warum. Und du kannst da ja wirklich auch nichts auswählen. Wo der Snapping Point sein soll. Zum Beispiel hier hätte ich ja jetzt überall gesagt, okay. Mach mir hier den Snapping Point. Und fertig. Dass das entweder hier snappt oder auf anderen Seite snappen kann. Eins der beiden Stellen. Der untere Teil sollte egal sein. Ja. Bierkeks, das tut mir echt leid mit der Doku. So sollte es natürlich dann nicht sein. Ich habe eine Eisenbrücke gebaut mit Laufwegen in der Mitte zwischen den Schienen. Allein die gerade war die Hölle mit dem Snapping. Ja, zwischendurch, also ähm... Wenn du jetzt hier äh... Gerade mit Tube. Hier will ja echt das Random snappen und auch wenn du Baupläne und so weiter auswählst, ne. Hier ist aber das Snapping dahingehend ein bisschen einfacher. Da du, wenn du eine weitere Gerade hast, nur mit Booster, kannst du echt auf Baupläne umstellen und kannst hier an den Rand reingehen und einfach snappen. Was halt schon wieder völlig bescheuert ist. Aber es funktioniert. So. Ich baue fast Ohne Ich baue fast ohne Blaupausen Ja hab ich gesehen Und dann sind das auch noch Bauwerke von einer Gewalt Das ist nicht normal bei dir Und der Bierkeks Ja total schade aber die Idee Selbst selber aufzuklären finde ich immer besser Ja das ist ja meistens so Weil du viel mehr in dem Thema drin bist Und auch Komische Situationen besser aufklären kannst Würde ich sagen Ja aber wehe da ist was drunter Dann tritt er durch Oh ja Hab ich bisher auch Aber nur Plattform Alter Wie könnt ihr nur Äh Das hier ist gerade Das ist schief Das wird ja auch nochmal interessant Ja Peanut das müssen wir Am besten Entweder morgen Abend machen Mit Mani zusammen dann vielleicht zum Beispiel Das wäre bestimmt ganz lustig Oder Sonntag Weil ich jetzt Äh Zwei Tage wahrscheinlich nicht da sein werde Freitag Bin ich vielleicht Online Da weiß ich es aber noch nicht genau Weil ich Vorher in einem Amusement Park bin Und Samstag bin ich auf der Polaris Da hatten mein Bruder und ich Bock drauf Und dann fahren wir da hin Vor allem weil es Von mir zu Hause aus Bis zum Messeeingang Laut Google Äh Eine Stunde 30 ist Mit Fußwegen Und allem drum und dran Also da Kann ich jetzt nicht meckern Und Äh Ja So Oh mein Gott So Äh Da 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 Was Äh Piese Darf man fragen Was es geht Oder Okay Äh Kannst ja mal Wann zeigen Autsch Äh Und Bestattung Bin selber auch Beschwarter Äh Beschwarter Bestattert Deswegen rege ich mich so auf Dass es so Schlecht war Ähm Da hab ich mal ne Frage Haben sie das in der Art gemacht Wie der Typ auf YouTube Twit Ne YouTube TikTok Weil das würde ich dann auch Komisch finden Burger Warte Äh Bestatter Burger Moment Ja den meinte ich Ähm Der ist mir zwischens Ja Also den meinte ich Ähm Der ist mir zwischendurch Irgendwie zu fröhlich Ich weiß aber auch nicht warum Also ich Ich weiß nicht Äh Äh Hab mal vor Jahren Kann schon locker Zehn Jahre her sein Den Äh Bestatter Weblog gelesen Da geht es Da gab es Komische Story Äh Ja den kenne ich sogar privat Oh Aber er ist halt auch ne Nummer für sich Äh Äh Ich Ich Also Das ist jetzt völlig voreingenommen Wahrscheinlich Aber ich weiß nicht Äh Was das ist In mir jetzt selbst Aber irgendwie Finde ich Videos über sowas Völlig in Ordnung Oder Dokus Ne Aber TikToks und Shorts Das finde ich irgendwie Wiederum komisch Äh Vom Borger Habe ich auch das Buch gelesen So manche Dinge Gehen halt absolut nicht Also da Ich habe keine weiteren Äh Informationen dazu Muss ich so sagen Ähm Ich fand es halt Also für mich Äh So ein Komisches Inneres Gefühl Würde ich sagen Sagt mir Ähm Irgendwie finde ich das komisch Ich weiß nicht Wie ich das besser beschreiben soll Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, TikTok hatte bei ihm enorme Einbußen an Kunden, die das nicht so toll finden. Ja, das meine ich halt. Das ist halt komisch. Peanut, es geht um einen Bestatter, der auf TikTok unterwegs ist. Und ja. Ja. TikTok ist nur affig. Ich war da mal eine Woche, also mein Hirn lasse ich da lieber von AFK verbrutzeln. Ja, Peanut, genau. Und ich finde es irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht. Ich finde es einfach komisch. Fertig, aus. Und geschmacklos, ja, trifft es vielleicht aus. Also, wenn es um Aufklärung geht, so YouTube-Videos und ja, ne, das finde ich alles gut. Aber irgendwie kurze 45 Sekunden, 60 Sekunden finde ich dem Thema nicht gerecht. Aufklärung und zeigen, was wir machen, ist wichtig. Aber die Art, wie man es macht, muss richtig sein. Und genau, ich finde, wenn jemand über YouTube aufklärt, ja, aber ich finde das Short-Format nicht passend. Ne, überhaupt nicht. Wow, einfach das Gleiche gesagt. Ja. Also, und daher vermute ich auch, dass es dann, ähm, da diese, äh, das, also, da kann ich auch völlig nachvollziehen, dass dann Kunden abspringen. Kunden hört sich auch in dem Zusammenhang irgendwie komisch an. Ähm. Ja. Okay. Aber ich muss trotzdem sagen, interessantes Thema. Äh. Ja, sagen wir ein Gehörig. Ja, definitiv, das hört sich definitiv besser an. Ähm. Ja, ich habe sonst mit, mit dem Thema halt, nichts am Hut. Und, obwohl, ähm, ich habe mal gesehen, wie, äh, ein Leichenwagen vorwärts gegen den parkenden LKW gefahren ist und dann abgehauen ist. Äh, äh, mit einem Toten im Kofferraum. Wir waren da ein wenig sprachlos. Äh, man muss dazu sagen, ich arbeite im Krankenhaus und da sieht man halt sowas tagtäglich. Oh, Feuerwerk. Oh, mein Gott. Es ist die richtige Höhe. In der waffle. Oh, Feuerwerk. Ich Annual. Ja. Ich bin Elliott. Und dann abgehangen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ja mache ich ja noch baue gerade die komplette fabrik erst mal mit standard eisenarm fahren dann kommen so dinge wie die verarbeiten toll gerade im stream und chat geschaut und beim alien in den energie verstärken in den strahl geflogen ja bloß nicht die strahle kreuzen ich habe meine schwiegermutter letztes jahr in den in der bade oh mein gott da hat mir echt gereicht seitdem kann ich gewisse will nicht mehr sehen alter nee doch wie bekommt man den goldenen fabrik war mit unterboden beleuchtung der schon wieder in rl einen rückruf hatte der selber fährt auch nicht echt nicht richtig oh mein gott hat mal einer von euch in die toilette ein ich meine den cyber truck dankeschön aber den den cyber truck den kann ich doch nur platzieren oder nicht oder meinst du das kart das will ich doch jetzt mal ausprobieren hier wie bekomme ich mitarbeiter des planeten oder muss ich den erst kaufen oh ok 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 hier 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 jetzt weiß ich auch was du meinst der cyber truck hat im echten leben schon wieder eine rückrufaktion ja das habe ich auch mitbekommen irgendwie weiß man da auch nicht was man da sagen ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 zum kack das braucht man ja nur die hälfte an materialien oh ja das ist richtig nice ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das hier muss ich mir noch angucken, wie ich das am besten machen kann. Wohin willst du? Na, nicht hier hin. So, äh, oh Gott. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Weil es ja einfach, ich, ich hab die hier mit dem Chat zusammen gemacht und, ähm, dann kann da ja auch jeder von profitieren. Und ich find's ein bisschen blöd, die hinter der Paywall zu stecken, sag ich jetzt mal. Aber freut mich, dass sie dir gefallen und, äh, bitte, bitte. Also, ich hoffe, äh, du kannst damit was anfangen. Äh, nee, das ist, ähm, ein wenig unangenehm. Aber ich freu mich. Und bei TikTok und YouTube muss ich, äh, doch für deine Arbeit hast du es dir verdient. Ach, das war kein Problem. Dankeschön. Ich hab's schon gekündigt, Mann. Ja, nice. Äh, der Tadi, ähm, freut mich mit, äh, dass ihr das mit YouTube und TikTok gefällt. Ich, wenn du alte Videos von mir gesehen hast, ich mach einfach, ich hau meine Gedanken rein und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Also, an sich kein großer Hintergedanke zu den Videos, wenn ich was Interessantes finde, dann erzähl ich es. Und sonst erzähl ich halt das, was wir im Stream gemacht haben. Oh, bei dem Krabben, äh, von dem hab ich die Videos auch schon gesehen. Da sind echt ein paar coole dabei. Bei, äh, von einigen YouTubern und so weiter, hab ich mir auch die, ähm, äh, Ideen geholt. Die Inspiration. Hab so eine Bahnstrecke schon länger gesucht. Nice. Das freut mich. Äh, das Lager sieht nice aus, das Runde. Ja, ich bin grad am überlegen. Welches das war? Ähm, das von Krabbe auf jeden Fall, ne? Oder Krabben. Ich glaub, die haben halt ein rundes Zentrallager gebaut mit allen Items, die da ankommen. Und dann kannst du da reingehen und dann hast du da so ein Videos. Ich glaub, ich hab da von den... Moment. Satisfactory Krabben. Nee, nicht Chaos Krabben. Sir Krab. Also, davon hab ich so ein bisschen was durchlaufen sehen. Das sah... Nice aus. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mir so denke... Ich bin richtig schlecht im Building. Das war auch... Ey, das ist so... So anstrengend, sich drauf zu konzentrieren, dass das einigermaßen gut aussieht. Würden jetzt keine Leute zugucken, ich würde nur für mich spielen, wäre jede einzelne Bahnstrecke wie diese hier, wo wir jetzt gerade langfahren. Ja, aber... Aber er zeigt gerade so viel, dass man erkennt, dass er es gut aussieht. Für den Rest braucht man... Au. Da war ich... Ist nach Ohio nachempfunden? Ey, ich hab keine Ahnung. Ich hab sie, glaub ich, von... Zum Teil Inspiration von X-Clips mir gezogen. Und... Der hat, ähm... Hier, The Crab... Ne, Sir Crab hat also das... Äh... Ah, die Freestyle-Strecke... Oh Gott, ist das das, wo der Zug so hin und her fährt? Auf der geraden Strecke? Ähm, dann weiß ich, was du meinst. Ja, okay, gut. Aber, Sir Crab hat dann, äh, alles richtig durchgespielt. Ähm, Leute angefixt und, ähm... Ja. Oh, es sieht aus, als ob wir zwei Bahnhöfe brauchen. Oder was sagt ihr? Wenn jetzt hier schon wieder alles voll ist, äh, dann brauchen wir zwei Züge. So. 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 Äh, wo auch der Chemiezug explodiert ist. Oh. War das da... Ja, ich glaube, das war wieder so ein... Nach zehn Minuten... Äh, ne, nach vier Stunden YouTube gucken, landet man dann bei diesen komischen Videos. Irgendwelche Dokumentationen über Zugkatastrophen, was du dir im Leben noch nie angeguckt hast und dann hängst du da plötzlich. Und vorher hast du irgendeine Don't Love Challenge geguckt. Ähm, ja. Aber, ich hab grad das Video von, äh, Sir Crab offen. Und ich finde, die Teile hier, das sieht geil aus. Hier mit den Schildern, das finde ich nicht gut, weil er die nicht ineinander gemerged hat, aber... Die, die finde ich nice. Schildern, das ist alles. Jetzt müssen wir gucken. Vielleicht müssen wir den Bahnhof da hinten noch erweitern. Ähm. Ob der, ähm, wie heißt das gleich noch, ob wir ein, zwei oder drei oder vier Züge brauchen. Das wird nochmal interessant. Aber Ohio ist der kleine Bruder von Florida. Oh ja, wenn man sich erstmal so eine komplette, äh, Folge Florida Man angeguckt hat, dann weiß man auch, was man im Leben verpasst hat. Äh, das ist so bescheuert. Äh, das, das, ach, das kannst du dir eigentlich nur unter Schmerzmittelkonsum geben. Ähm, ja, ähm, in wem sagst du das? Also, machen wir hier lieber Kopferempfang auf vollständig entladen und null. Ah, das sieht auch gut aus. Und hier oben wird das dann im Dreier-Merch reingejagt. Und wenn wir es dann schaffen, dass zwei Züge hintereinander stehen, dann wäre das super. So. Die sind wieder richtig am warmlaufen wegen dem Hurricane. Oh Gott, ja, ich hab's gesehen. Ähm, und ich glaub, du hattest auch was gesagt, dass da irgendwie ein Kampfjet, äh, durch den Hurricane geflogen ist. Vielleicht müssen wir den hier jetzt mal deaktivieren. Äh, jetzt, die fliegen mit einer C. Oh mein Gott. So, kein Kampfjet. Die fliegen mit einer C-130 dadurch. Das kannst du doch auch keinem erzählen, wie... Die sind doch utterly stupid. Wie sieht das hier eigentlich bei dem Caterium-Erz aus? War das hier Caterium? Ja. 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 Da kommt schon der erste Zug wieder. Nice. Peanut. Peanut. Äh, ich krieg da Katzen angezeigt. Ah, weil ich... Okay. Weil ich aufs Bild geklickt hab. Alter. Ach, das sind so, okay. Alter Schwede, ey. Aber nicht also. Alter, ihr geschah. Was ist dreht, ja. Äh, ich kriege. Und wenn du Sacramento ananiac aus? Evet, ich kriege. �onde. Weil mich ander. Ich kriege. Musik Schéluder. Tai. Ihr schäluder. Nee, die ist neuer. Wie geht's這樣. Hm. Warte, ich kann dir eben zeigen, wie das aussah. So sah das aus. Aber das Video, was du mir geschickt hast, holy moly. Ich glaube, ich würde so. Alter Schwede. So. Hä? Was macht der denn jetzt hier genau? Wartet der jetzt, bis der leer ist? Oder? Was für einen Auftrag hatte der? Und speichern. Speichern. Okay, der wartet jetzt, bis der hier vollständig leer ist. Und dann kommt der nächste Zug. Nice. Okay. Wie viele Tickets haben wir eigentlich? Äh, 77. 70. Arsch. Ach. Er ist ab. LOL. Es ist nicht stupide, wenn es funktioniert. Aber da denkst du doch auf WTF, oder? Ich baue die mit dem Planer. Ja, definitiv. Weil. Die sieht so aus. Aber ich mache dann halt zum Beispiel jetzt am Anfang erstmal alles mit Katerium und die Raffinerien. Und dann kann ich mir nämlich hier dann einfach in den Eingängen eintragen, dass ich Anzahl X an Katerium habe und dann verschwindet der Part hier. Und dann reduziert sich auch nach und nach das Wasser und so weiter. Oh mein Gott. Der Link ist zu groß für Dingenskirchen. Für Twitch. Magst du mir einmal irgendwie bei Discord schreiben? Das ist ein bisschen groß, der Link. Kein Ding. Aber das sind halt alle Rezepte, die wir bis jetzt gefunden haben. War ganz gut, dass wir hier den Zwischenpuffer eingebaut haben. Oh, das sieht doch so geil aus. Ja, nur das sieht nicht gut aus. Der hat den irgendwie bei, ich würde mal sagen, 30% hat Twitch den schon abgeschnitten. So, kommt dann schon der nächste Zug. Also mich würde das ja wirklich freuen, wenn wir auf diese Entfernung die Züge sehen können. Und wieso kommt eigentlich kein Katerium-Zug? Das gehört es jetzt zu erforschen. Erstmal Übersicht, ich selbst nutze es lieber. Ja, das Satisfactory-Tool ist cool. Ich wollte nur nicht die ganze Zeit da rumklickern müssen. Also die ganzen alternativen Rezepte und 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 auswählen, deswegen haben wir das direkt mit dem Sync. Ist natürlich am Ende egal, wenn du alle Rezepte freigeschaltet hast, dann hast du das ja straight up direkt drin. Oh-oh. Fahrplan bearbeiten, Katerium empfangen und Null, Null, Speichern und Katerium empfangen. Vollständige Entladung und Null. Und Null. Dann kriegen wir das andere nochmal eben. Und ok, Speichern, Änderungen speichern. Ah. Oh. Wait auf mir. Dankeschön. Ach, Kalt nimmt die Rezepte aus dem Savegame. Genau. Die kannst du in den, ähm, wie heißt das gleich noch, in die Map hochladen und dann synchronisiert er sich. Also wir haben, äh, die interaktive Map hier halt mit drinne. Und, äh, oh Gott sieht das gruselig aus. Und dann kann er das halt synchronisieren. Und was halt cool ist, du kriegst auch einmal so eine bildliche Darstellung von dem, was du schon gebaut hast. Genau, ich auch. Und die werden halt auch synchronisiert und deine Savegames werden halt super synchronisiert, was halt mega ist. Unbekannte Gebäude. Ok. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Oh, ich weiß, was das Problem ist Ich Idiot Darf ich jetzt nochmal an alle Bahnhöfe rangehen? Äh, dagegen sieht es ja bei mir richtig leer aus Ja, du hast nur riesige Bahnstrecken schon gebaut, das ist nice Ah, ich hab's nicht auf Unload gestellt Ich, ähm Doch, ist auf Unload Oh, das ist Eisen, ne? Ja Ja, die hab ich danach gebaut Tüdelü Ach, weil jetzt hier ein Kackzug drin steht So Und den letzten noch Das kommt, wenn zwischen den Sachen dann Sachen passieren So Das dauert ja echt ewig und drei Tage, bis der Teil leer ist Und damit ich hier zwei 780er Strecken Befeuern kann Naja, lange Bahnstrecken und viele kleine Fabriken, um den Grundbedarf zu decken Nice Ähm Wie gut funktioniert das bei dir? Ähm Schickst du dann zum Beispiel Hast du eine große Fabrik, wo Eisen angeliefert wird Und dann holst du dir einfach Eisen weg, oder Und fährst dann so sechs Züge zu einzelnen Bahnhöfen hin? Ah Ja, im Großen und Ganzen läuft alles autark Okay Ja Ähm Das wollte ich mit der hier auch machen Deswegen die komplette Bahnstrecke, die gerade gebaut ist Das ist eigentlich aktuell nur Für Ähm Die Brennstoff Äh Brennstofffabrik Da werden dann einzelne Bereiche noch mit angebunden Und dann Ähm Ja Soll das halt so laufen Aber das Design fand ich halt ganz cool Und deswegen werde ich das dann auch hinten Also hier hinten dann weitermachen Dass dann hier nochmal ein bisschen was passiert Machst du das mit Tankwagen Oder lässt du wirklich den Stickstoff da Komplett abfüllen Da zusammenpacken Und dann auf einen Ähm Rail bringen Tankwagen und wird in der Alu abgefüllt Nice Ja Das ist auch noch eine super Idee Ähm Werde ich wahrscheinlich dann auch machen Mit dem Stickstoff hier hinten Und Ich glaube Hier war auch noch was Ich will jetzt sehen Dass hier Oh Es steht nur noch einer Der hier konnte schon abgefüllt werden Nice Und dann müsste ja bald eigentlich mal ein neuer kommen Ah Und die Befüllten Gehen zu 50% Äh An ein Kraftwerk für Raketentreibstoffenergie Äh Ich will die nutzen für Für die Verarbeitung von Ähm Entweder Uran oder Plutonium Da bin ich mir gerade noch unsicher Oh Okay 985 die Minute 2 Stück sind 1800 Nice Okay, das heißt, das hier funktioniert definitiv sehr gut Nur der mittlere ist halt ein bisschen, uff Der braucht halt ein bisschen Mach jetzt eigentlich nur Phase 5 fertig Und dann muss ich auch an AKW gehen Da ich mir sonst den Strom ausgehe Ja Deswegen haben wir uns gedacht Okay, bauen wir doch erst das AKW Wenn wir jetzt die Möglichkeiten haben Und dann setzen wir Alles weitere um Wenn das durch ist, werde ich auch Auf schön mal komplette Fabriken bauen Ja Nice Aber Ich habe schlechte Neuigkeiten für heute Ich muss Feierabend machen Das ist jetzt 11 Uhr Ich habe eine Stunde länger gemacht, als ich geplant habe Aber dafür haben wir Kupfer vollständig angeschlossen Die Bahnstrecke ist Zwar noch nicht so hübsch Aber Sie ist da Und Kupfer läuft Und dann können wir hier dann Denke ich mal Noch einen zweiten heransetzen Für Ein Bahnhof oder so Denke ich Für Die weitere Verarbeitung Von Eisen Und mein Max Peak Ist aktuell 22 Und Fast 40 Verbrauch Ja Production ist recht nice Und der Stromboost natürlich Da bin ich auch gespannt Wenn wir das AKW anschmeißen Wie das dann aussehen wird Das wird super Ich glaube das wird richtig richtig nice Ja Dankeschön Naja Also Ich würde jetzt Feierabend machen Wilds Morgen dann weiter geht Mit Mani zusammen Vielleicht gucken wir uns dann mal Die Butze von Peanut an Äh Und seine Stahlproduktion Das wäre nochmal Was lustiges Was man auf jeden Fall machen kann Wo dann einfach sehr viele What the fuck Momente kommt Und Ja Dankeschön Und dann Sehen wir uns Morgen wieder Ähm Ich wünsche euch Eine gute Nacht Schlaft gut Danke fürs dabei sein Und dann Sehen wir uns morgen wieder Und da bauen wir dann Wahrscheinlich die Strecke Nochmal ein bisschen weiter fertig Und holen uns dann Die nächsten Bahnhöfe ran Wie zum Beispiel Für Schwefel Quarz Und Eisen Also Drei bis vier Bahnhöfe Brauchen wir definitiv noch Ein paar können wir Hier geradeaus durch Da können wir Zwei Bahnhöfe Ransetzen Genau Und dann erstmal Gute Nacht Auf Wiedersehen Danke fürs dabei sein Ich wünsche euch noch Einen schönen Abend Viel Spaß In Sucht Factory Übertreibt es nicht Und dann Bis morgen Schöre Und auf Wiedersehen Ciao